Was viele noch gar nicht so wirklich wahrgenommen und verstanden haben, ist der Punkt, dass die Gedanken, die man mit sich trägt, die beeinflussen das nachfolgende Verhalten, die Handlungen mit allem drum und dran. Wenn man jetzt als Beispiel denkt, das Wetter ist nicht schön, dann sagt man sich in Folge dessen, ich wollte eigentlich nach draußen gehen, aber weil das Wetter nicht schön ist, weil man sich das gerade eingeredet hat, geht man nicht nach draußen. Also man macht nicht diesen Schritt, in dem man eigentlich nach draußen gehen wollte und diese Denkweise gerade fest verankert ist und sich sagt, das Wetter ist aber nicht schön, geht man in Folge dessen nicht raus. Wenn man sich vorher schon sagt, derjenige, wenn ich den anspreche, dann wird er negativ darauf reagieren, dann ist es meistens auch so, spricht man diese Person gar nicht erst an, weil, was könnte passieren? Richtig, man bekommt etwas zu hören, was man nicht erwartet hat. Irgendwie Kritik oder ein Ausdruck, der da so zum Tragen kommen kann, den man nicht versteht und überhaupt nicht beabsichtigt mit dieser Kommunikation, die da stattfindet. Und das kann man immer beeinflussen, indem man sich ganz klar sagt, ist es egal, was da passiert. Man macht sich keine Gedanken, sondern man kommt ins Handeln. Man macht es und aus dem Grunde wird es verwirklicht. Aber solange man darüber nachdenkt und immer wieder sich einfach nur hinsetzt und nichts umsetzt, wird nichts passieren. Aber erst dann, wenn man diesen nächsten Schritt macht und wagt, vor allem beibehält, wird das in die Tat umgesetzt. Und wenn dir das gefallen hat, was ich dir gerade dargeboten habe, dann teile es mir an Menschen, das wir auch nur wissen müssen. Und ich freue mich darüber, wenn du dir auch meinen YouTube-Kanal zeigst. Und wir sehen uns dann.